Er will mir zeigen, wo der Pinguin ist! Na gut, ihr lausigen Mann! Verdient euch euer Abnässe! Was ist denn? Ermittlung! Was ist denn? Wollen wir gucken lassen? Jetzt steckst du in der Schrift! Was ist denn in der Schrift der Kämpfung beigebracht? Reicht den alle auf einmal an! Wenn es nicht mit mir zu tun ist, wollen wir das nicht in den Endpäckchen! Reicht den Schleckchen! Hey! Ist es kaum oder was? Wenn ihr schlusset euch, koppelt und lasst! Das ist euer Abnässe! Das ist euer Abnässe! Ziemlich! Nicht was! Was lasst ihr euch gefallen? Das ist zu durchgeknackt! All so, young! Wir schlutschen, Puppelpots, an, setz jetzt hoch, ne? Kommt! Hey, ihr seid ihr unter andselig da oben! Ja, was? Doch, wir müssen zusammenarbeiten, die Enderunnen. Wie sehr das aufregt, denn wir sind noch sehr wichtig, wenn der Koppel kommt da rein. Jetzt geht's noch an. Wer ist denn, wenn da wer wir sind? Sehr gut, noch Koppel kommt, Jungs. Hey, wir sind da, dass ihr ihn nicht mehr habt. Auf die Echtigkeit! Erwittung, Kotzio! Soll ihr das nicht lassen? Was zu Kassel tun, ey? Wenn ich mich mit mir zu tun bin, dann kommt auch geschützt. Das war eine echte Vollshow. Das ist ein Kassier. Ich habe keine Maske mit dem Motto. Ich habe keine Maske mit dem Motto. Sie ist nur noch... Eine Maske! Sie ist Endstation! Wo ist Cobbleport? Von mir hörst du nichts. Ein wenig mehr Druck und ich zerquetsche dir den Kehlkopf. Also... Na gut, na gut. Er ist in seinem Büro. Da kommt man nur übers Theater rein. Auf der anderen Seite des Casinos. Aber an Tracy kommst du nicht vorbei. Tracy ist kein Problem. Lief eindeutig besser als das letzte Verhör. Lief eindeutig besser als das letzte Verhör. Was glaubt ihr, wird er dann mit euch anstellen? Denkt drüber nach, Jungs! Ja, hört, ich hab's nicht mehr. Wer hat den alten Seelenverkäufer nicht vermisst? Wie wird er das neue Grund nennen? Final Offer 2. Das geht doch nicht. Final Offer heißt das letzte Angebot, das letzte. Wie in Es wird kein weiteres. Hast recht. Das ist der neue Name, Jungs. Ich hab's noch. Und wenn die Prera macht es hier ist. Die Fledermaus läuft an! Na gut, ihr täglichen Klappchen! Wir haben Alarmstufe 1! Ich will ständige Meldungen hören! Hat jemand den Eindringling gesehen? Ist er doch auf dem Schiff? Das hier ist ernst! Ja, wann haben wir denn zuletzt einen Eindringling an Bord? Wer würde in diesen Rosteimer einbrechen? Wie hat er uns gefunden? Ich habe keinen Bock! Hey! Ich habe eine Nachricht für den Badman! Von seinem Kumpel, den E-Dex-Centuschener! Der fliegt auf den Reisen und sagt, die Runde geht zwar nicht, aber der Kassel ist noch nicht vorbei! Der Kassel ist noch nicht vorbei! Der Kassel ist noch nicht vorbei! Pass auf deinen Arsch! Kuczynski ist aufgewacht. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Ich hätte ihn fesseln und die Polizei rufen sollen. Alfred, ich bin mit einem der Killer zusammengestoßen. Lester Buczynski. Der Elektro-Centuschener. Geht es Ihnen gut? Ja, aber er konnte entkommen. Seine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mache mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Ich bin auf dem Weg zum Casino der Kassel. Ich bin auf dem Weg zum Casino der Kassel. VerwConnor. Die Kassel anpassen mich. Wenn die Kassel bewegen. Die Kassel anpassen dich. люって in Long Beach. Eine Das Casino. Pinguins Assistentin muss hier sein. Sie wird mir sagen, wo ich Cobblepods Büro finde. Ach, du Witze. Let's haste, dass es hier weg ist, wo du schläfst. Du bist vorst. Ich muss noch 10 Minuten. Du willst mir also so richtig auf den Zeiger gehen? Mr. Cobblepott empfängt gerade niemanden und ich lass dich bestimmt schlägt von dir an. Also, mach dich gefällig vom Ackern! Vergleite dich durch die Zeitung! Zeit, durchzudrehen! Achtung! Zeig dir, wie wir die Dinger auf den Final-Off abregeln! Achtung! Wir werden ganz kurz fahren! Jetzt kann dir keiner mehr helfen! Ihr kennt wie ein Haufen Brustelkitter! Los jetzt! Halt jetzt bloß dich ab! Geh dir weg! Komm, Entschuldigung! Bein um mich! Genau was du! Was ist das? Was ist das? Jungs, ich schnauke gleich ein! Weiß mal ein bisschen heftig! Ihr werdet sich schon ne Spur härter rannehmen! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ich hab doch gar nichts gemacht! Genau so macht man das! Recht nicht so richtig! Was? Schimpfgefällig zählt weiter! Schimpfgefällig zählt weiter! ARD Text im Auftrag von Funk